So, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren elusteren Runde. Deadspotze 3 mit mir, Lunetschki, und dem lieben Brugger. Hallo, nicht? Das passt halt voll. Deadspotze 3. Hey, Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben, anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein, was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich seh mich mal um. Unten sehe ich schon eins leuchten. Ja. Da unten im Aufzug liegt auch mal. Guck mal, ich hab was. Munitionskript. Oh, ich hab's, guck mal. Hihihi. Du hast da auch, oder was? Ich hatte munitionskript nur. Da liegt aber noch was. Ja, das ist was anderes. Guck mal, hier ist noch was im Schrank. Kommt man nicht ganz ran. Schon wieder upgrade, es nervt mit diesen Platinen. Immer wieder findet man diese blöden upgrade Platinen, ich will sie nicht mehr. Ja, 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 ja. Wie viele Waffen soll man hier bauen, 10.000, oder was? Scheinbar. Vor allem ändern sie sich auch kaum von einer. Die hätten wenigstens einfach nur ein, zwei Platinen und... Ja, das macht halt irgendwie... Es kommt vorne immer was anderes raus, aber... Die Leute, die sich hoffenweise Waffen basteln, die im Lager lagern und gucken, welche dann zu welchen Situationen welche mitnehmen. Hast du grad was hinter mir zu schossen? Nee. Nee. Boah. Ich höre Musik. Was ist denn hier los? Hier liegt hoffentlich Kram rum. Teil gefunden. Oh, Medipack. Ich kann nichts mehr nehmen, du, ich drehe doch gleich durch. Ich drehe auch gleich durch, ey, ich habe so viel Munition. Guck mal, wie viel hier rumliegt. Das ist viel zu schade, um alles liegen zu lassen, finde ich. Schmeiß' alles weg. Ist mir so egal. Die kleinen schmeiß' ich auch mal weg. Moment. Und hier im Aufzug war das dritte, glaube ich. Offenweise Kram, ey, ist das belastend. Belastend? Das ist nur Scheiß hier. Geht's gar nicht runter. Kann man runterfallen? Nö. Oder? Bist du runter? Nö. Ich glaube... Der Hage. Wir müssen... Lage Hage. Wir müssen evtl wieder da vorne lang und andere Seite runter. Okay. Ich kraxel dir mal ganz flatt hinterher. Und schau dir unter den Rock, du wildest Luder. Du musst dir nur meinen Arsch angucken die ganze Zeit. Natürlich. Ich finde das so doof, dass man... Ständig muss da in die Werkbank, man muss eh den Mist wegschmeißen. Das ist unglaublich. Ja, es gibt einfach viel zu viel. Ja. Ich frag mich aber auch, wie man den letzten Slot bekommt. Was ist denn hier? Munition schon wieder. Und wieder ein Waffen-Upgrade-Platin-Scheiß. Echt? Nö, bei mir nicht. Und doch mehr Munition und... Och, ich bin wieder voll. Hä? Okay, und was jetzt? Wie kommen wir da hin? Hast du einen Plan? Warte mal, da ist ein Seilzug. Vielleicht kann man den Aufzug irgendwie hochziehen an die Plattform und dann kommen wir da ran. Hm. Das wäre eine Idee. Der schickt uns aber wieder runter und hoch, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Es kommt mir so ein bisschen wie ein paar Arsche vor. Das stimmt. Guck mal hier. Ich hab was. Ah. Aha. Rätsel. Wollen wir beide runtergehen, weil ich hab so das Gefühl, da unten passiert dann wieder was. Ach nee, ich muss oben bleiben, siehst du? Okay, das heißt, dann gehe ich runter. Da bin ich immer gespannt. Oh, aber dann kannst du meinen Arsch nicht angucken. Ich bin schon so weit. Okay. Ich mach das. Ich bin... I'm an engineer, trust me. Kennst du den Memo, Genius Engineer? Er sagt mir jetzt nicht, nö. Ich kenne es, der, der so komisch guckt, so äh. Und da steht da Genius drunter. Ach, nur der. Sonderrahmen. Sonderrahmen. Teil gefunden. Okay, Centos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Nein. Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Soll ich nicht allzu schwierig sein. Das ist immer wieder dasselbe. Was, warum hab ich jetzt zwei von drei angezeigt bekommen? Wir haben alle drei, oder? Ja, aber eins hab ich aufgesammelt. Ach so, warum kommt... Ich verstehe es nicht. Buggy. Aber irgendwie hat mich das Grafen-Game-Player ja sehr stark, wie das aussah. Sehr stark an den ersten Teil wieder. Lauf hin, mache dies, laufe zurück, mache dies, laufe hin, mache dies, sammle dies. Auch am ersten fand ich es nicht so schlimm, muss ich sagen. Das fand ich es richtig angenehm. Erst fand ich es, äh, zum Ende hin war es schon ziemlich offensichtlich. Das wirkt jetzt wahrscheinlich nur, weil wir zu zweit sind, ein bisschen abwechslungsreicher. Aber eigentlich ist es inhaltlich dieselbe Aufgabe, wie immer und immer wieder. Oh, ich hab's so gewusst. Oh, die Spidee ist wieder. Ein Monster-Spider. Pack mein Granat-Werber aus. Oh, das fand ich so gut. Ich bin gestarzt. Guck mal, ich bin die ganze Zeit im Start. So, das war jetzt erwischt. Von Tod. Nee, noch nicht. Hat doch weiterblasen, ganz jeweils. Jetzt ist es. Jetzt aber. Ja, ich glaub, immer noch nicht. Ich hab immer so ne Bommel vor ihm dran. Ich seh von hinten aber auch nichts. Jetzt ist weg. Oder auch nicht. Jetzt wachst aber auch immer wieder so glücklich in Fakten nach. Ahahaha. Der Dugger Rape. Jetzt aber, komm. Jetzt muss man irgendwie was machen, wenn es auf dem Boden liegt. Und jetzt. Es rennt weg. Scheuer des Mistvieh. Oh, nix. Bei mir. Wir haben ein Sägeblatt in den Hintern schießen. Leute, dieses Wies läuft immer von mir weg, bevor ich es killen kann. Oh Gott, nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Weißt du, die beschweren sich. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein, warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werd's rausfinden. Oh. Optionale Mission. Ja, wunderbar. Sehr schön. Machen wir das mal einfach, wa? Daniks Truppen sind auf diesem Planeten. Und wenn sie die Scaf-Munition in die Finger bekommen, sind wir so gut wie tot. Ich muss sie davon abhalten, das Munitionslager im Waffenarsenal zu erreichen. Sag der mal, ich, 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 ich. Ich zähl nicht mehr. Das ist voll die gierige Else. Immer alles richtig. Oh, wunderbar, endlich. Guck mal, der Bot. Oh, guck mal. Oh, du putzig, du putzig. Ich könnt mich da schütteln. Boah. Ja. Also erstmal hier Scheiße draufbringen. Ah, da haben wir's mal Sondenantriebe. Okay. Guck mal. Zack, zack, zack. Speicherort auswählen, was? Och nö, das ist ne Waffe. Eine Waffe ablitz. Kapitierer, Feuerrat. Ja, ja. Ich bin hier aber weggegen. Immer 10.000 Sachen, die hier abgeben. Yes. Ja. Rationspunkte reichen, Luna. Robots. Inhalte zum herunterladen. Jawohl. So, Leute, jetzt seht ihr das auch mal. Hier, epische Waffen- und Ressourcen-Pack. Pack. Genau. Pack. Pack. So. Das ist der ganze Käse, der kostet eigentlich 3 Euro. Aber wir können jetzt kaufen, weil wir jetzt genug Rationspunkte haben. Würde ich machen, würde ich sagen, machen wir, wa? Ja. Ich zeige gerade nochmal alle. Seht ihr, das sind die DLCs. Die kaufen wir uns ganz bestimmt nicht, weil das ist der größte Beschiss. Guck mal, was das für Geld kostet hier. Ja. Wenn man alles zusammen nimmt, zahlt man, glaube ich, für das ganze Spiel so um die 120 Euro, wer macht das schon, also wir nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge Kacke irgendwie bekommen, die mir irgendwie, ich weiß gar nicht wo. Also ich hab's jetzt hier stehen. Wolfram 240, Halbleiter 800, Altmetall 2000, somatisches Geld 200, Energiewandler 200, dann noch MKV Stasebeschicht und MKV-Muthjoth-Hilfe. So, das war's. Welche Waffen? Aber frag mich jetzt, was? Was? Waffe kann nicht modifiziert werden, der Sucher? Och, das ist ja bescheuert. Aber was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt ob wir so irgendwelche Sachen bekommen? Ich frag mich jetzt, was das war beim EP-Paket. Äh, warte mal. Was hab ich denn da? Ripcord, ne. Ich denke mal, das ist bei den, ja, das ist bei den Hilfen, bei den Erweiterungen ist das. Hier, erhöht die Clipgröße für Spieler und Partner und. Aber das ist ja gut, das hab ich eh, oh. Das macht aber einiges aus, Luna. Was denn, was denn, was denn? Die MKV-Munitionshilfe, die kannst du bei den Erweiterungen einbauen. Achso, bei Tool oder Upgrade, Erweiterung. Achso, ah. Aber wie gut. Luna, wie gut. Die Clipgröße für Spieler und Partner und was war das andere? Und das andere ist die Stase-Beschichtung. Alter Schwede. Jetzt hab ich zwar keinen Feuerschaden mehr auf meiner Plasma, also auf meinen Cutter, aber jetzt hab ich da richtig fett Stase und Clipgröße drin. Der Spieler und Partner. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler-Beschichtung innen vorgenommen. Dann müssten wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh gut. Oh gut. Wie ist Anthos, die ist echt ein bisschen crazy, kann das sein? Ist das nicht, ist das nicht, hier, äh, bla, was hat sie vorhin gesagt? Und ist das nicht erstaunlich und voll interessant und so? So. So viel reinklettern mach ich gerne. So, gucken wir mal. Ich hab jetzt auch Clipgröße erhöht. Oh, wie gut. Ich hab jetzt oben 16 und einen 14 Schuss. Vorher hatte ich 11, 10, glaub ich. Was ist denn das für ein Ding hier eigentlich? Diese Kanone, die nur oben hat, die man nicht modifizieren kann. Guck mal. Oi. Das schießt Leuchtepunkte. Leuchtepunkte. What's up? Die Wind war vermutlich, brauchen wir die jetzt. Oh, wie gut, ich teste die mal. Dann müsste wir runter oder so. Ach, wahrscheinlich für die Spinne oder so, ne? Irgendwas. Wir müssen wieder raus. Hä? Ach, das war's schon. Das war die Nebenmission, oder was? Nee. Nee, Quatsch. Warum schicken die uns jetzt wieder raus? Ach, hier geht's in den Aufzug. Ja. Ich hab die noch gar nicht aktiviert. Ja, ich hab die noch gar nicht aktiviert. Achso. Ich dachte schon, dass wir jetzt schon wieder raus für die Nebenmission. Das wär's ja, ey. Ja, das wär extrem doof. Yay. Aufzug. Och nee, ich bin schon wieder hier. Guck mal, wir sind schon wieder an der Bahn, Mann. Das kennt man ja alles wahr. Ach, warte mal, warte mal. Ja, es ist hier auf der Ebene. Da ist es, joey. Jippie. Gar nicht mal so weit der Weg, diesmal hat sich ja gelohnt. Der zweite ist unter. Also unten. Unter uns. Unter uns. Und wie hat sich ein Clipgröße aber kaum verändert, muss ich sagen. Also zwei, drei, die hat vorher auch. Bei mir ist es Hammer. Also ich hab jetzt oben viel mehr, hab ich jetzt fünf, von unten hab ich vier mehr Schuss. So. Na, Kumpel. He he. Der kriegt so lange nicht zu sehen, das Bein. Voll eklig. Ich glaub, das mit dem Clip-Ding lag wahrscheinlich daran, weil ich nicht so schon maximale Munitionsding hatte. Da mach ich das einfach mal. Moment, da mach ich jetzt mal wieder zurück. Ich bin nämlich gar nichts. Das ist ja für uns beide, Luna. Ich krieg jetzt auch einen größeren Clip dadurch, weil du das nicht brauchst. Achso, die sind komplett eingeschnürt hier, so Bondisch. Ich hab nämlich mein Munitionsding auf Maximum. Dann kann ich vielleicht meine persönliche Clipgröße ein bisschen verringern. Moment, das mach ich auch mal eben. Und mach da dafür vielleicht plus Nachlade oder so rein. Momentchen, dann haben wir es doch gleich. Guckst du dir an die Säcke hier, wie sie stehen auf, die schnüren sich ein, die stehen von auf Bondisch. Das ist bei Schaden jetzt ein Clip, äh, also Clip hab ich gar nicht mal so hoch, äh, das ist kurios. Das ist doch gar nicht auf Max. Aber egal. Ja gut, bei manchen geht's halt nicht. Bei meinem Kanaltafer ging's auch nicht, als ich Clip verhüllt hab, ne? Da waren immer nur zwei, mir war da nicht zu holen. Egal, muss reichen. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Clip und, äh, blablabla. Hast du dir den angeguckt, den eingeschnürten da in seinem Sack? Gucken wir mal. Ja, hübsch. Drecksau, ich geh da drauf. Oh, schon wieder. Diese bescheuerten Platinen, ne? War da noch was? Na, super. Dann gehen wir mal da rin, du. Das ist so gut. Man muss halt echt, oh, da vorne. Aha. War da was? Ah, hier, guck mal. Oh, die Stase-Munition ist so gut. Guck's dir an. Ah. Ah, okay. Welche Munition hast du? Stase, dieses Stase-Ding, dieses MKV-Stase-Teil. Sehr gut. Das ist so geil. Ich probiere gleich mal die andere Waffe aus. Ich hab Wolf-Raum. Ich hab Wolf-Raum. Stase für Stase. Stase für Stase. Oh, das hört sich interessant an. Obwohl ich's ja auch nicht so oft benutze, irgendwie die Stase. Im zweiten Teil was, hab ich's, denk ich, ständig. Hier gar nicht so. Oh, keine Keycard. Haben wir noch nicht. Ne, leider nicht. Oh, wir müssen noch weiter runter. Oh, da kann ich wieder ein bisschen Musik machen. Oh, schön. Warst du Musik. Damit wir die Bedürfnisse auch wieder befriedigen. Scheiße, Bastard. Das war Schmoke und so water. Ja. Isaac ist kein guter Sänger, stell ich grad fest. Der hat einfach nur Tourette-Gesang. Scheiße, Bastard. Stirb. Arsch. Er hat, äh, 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 wie heißt das nochmal, dieses Core, was wir uns alle, wie hieß, äh, klar. Egal. Ripper-Core. Rip-Core. Rip-Core. Rip-Core-Gesang, da. Oh. Schamkinder, man, es nervt. Wir werden Kontaktschreie schon. Ja, ich weiß, es ist ganz nett, dass man dort neue Waffen kriegt, aber ich glaube nicht, ne. Ich werd meine Waffe wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels nicht ändern. Tut mir leid. Ich auch nicht. Ich behalte meinen Blaster die ganze Zeit. Ich hab immer jetzt mein Chatter Peng hier. Das ist eigentlich das Beste, was geht. Ich zerschieße alles mit 1, 2 Schüssen. Ihr seht's ja, Leute. Außer den Granatwerfer für so Spinnen ist es halt optimal, aber sonst. Oh. Oh. Der schießt mir zu viel. Du probierst gar den Schlau. Der ist voll krass, aber der verlass ja immer gar nicht so viel. Er ist halt First Fire, ne. Das ist so gut, wie die halt gestarft werden. Hahaha. Bin ich nicht gut. Wofür ist die überhaupt da? Warum haben wir die? Die haben wir schon nicht für die Spinne oder so. Ja, voll kacke. Ich will die auch nicht haben. Ich find mein Blammerfer vorher besser. Ja gut, kannst du ja ablegen. Ich denke mal, die brauchen wir nur für einen Boss oder so und dann ist gut. Ja. Ist gut. Echter Mild. Ach, da rein müssen wir. Ein paar kleinere Schränke noch. Wieder ein tolles Spiel machen vorher. Schiebespiel. Bisschen schieben. Ist hier noch was? Ne. Es ist wirklich immer dasselbe mittlerweile. Also am Anfang war ich hier noch ganz geflasht und so, so, oh geil, neue Sachen, aber jetzt, äh. Mittlerweile wiederholt sich das. Ja. Sammelt 10.000 Sachen ein und schmeiß hinter deine Kiste. So sieht's aus. Definitiv. So, ich bin ja, oh, 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 nein. Aha. Aha. Nein. Nein. Ich war mir nicht verwirrt, weil ich da immer der Heldlauer war die ganze Zeit. Ja. Ne. Aha. Ich geh mal runter. Du fänner. Meine. So, fertig. Wie gut. Wie gut. Sie sind schon freigeschautet. Hier muss irgendwo sein. Recht von uns. Ist der, oder? Oder, oder, oder? Ja, durch die Tür, denke ich. Aber da vorne ist noch was. Wahaha. Ha, ha, ha. Der hat schon Wilde-Dance-Dance gemacht. Das war lustig. Ha, ha, ha. Er ist gar nichts mehr, okay. Er lag nur was im Spinn-Til. Huu. Ah. Luna. Ich hau dich. Guck ihn dir an, wie er auf die Zukunft, wie Wilde-Dance-Dance, weißt du? Wie wir immer tanzen. Da. Ja. Oh, der ist schnell. Aber echt, ja. Das war wirklich so, wie auf so einem Deathcore-Festival, ey. Hängt er bei dir auch so fest in der Tür? Ja. Blada, blada, blada. Ich kann fliegen. Jetzt sind deine Beine abgerissen. Lass mich fliegen. Unten sieht lustig aus. Komm schon, hier muss das da irgendwo sein. Hier kommt später noch ein Fahrstuhl oder sowas. Ne, doch nicht. Oh, da unten geht's heiß her, wahrscheinlich. Ja, aber wenigstens sieht die Umgebung mal ein bisschen abwechslungsreicher aus. Das find ich ganz gut. Ja, definitiv, endlich mal was Neues. Das find ich ja jung. Vielleicht kommen sie doch aus den Wänden gesprungen. Wart's ab. Oh, hier ist doch bestimmt. Genau, jetzt. Pass auf. Ja, hier ist. Hier ist. Bot. Wunderbar. Body McRoddy. Warum hängt das bei mir immer so? Das ist nervvoll. Bei dir geht das immer gleich runter, das Teil. Mir hält das immer erst mal für die Minuten. Oh. Oh, 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 der sieht wirklich wie aus. Ich hau dagegen. Wollte dich nur mal verarschen, weißt du, und dann... Ja, ja. What the fuck? Wolltest du grad die Brücke der Liebe machen? Der hat zurückgeschleudert. Hinter dir! Sehr komisch, hier ist der Tartel, äh, Tartel zu sagen. Also er hat sich ja kurz vor. Nur Achtung, hinter dir! Hinter dir! Hau dich, du kleines. Nix wie. Ja, der Ripper ist schon ganz gut, aber man muss halt wirklich auch richtig treffen. Wenn man direkt zu eins vor sich trifft, dann ist der Cutter irgendwie richtig Gold wert. Es gab ja früher zwei Funktionen, einmal Ripper schießen und einmal, äh, in der Luft halten, wie so eine richtige Kettensäge. Die Waffe hab ich gehasst, ich hab die, glaub ich, nicht einmal wirklich ernsthaft benutzt. Ich hab die ganz oben benutzt. Boah! Alter Schwede! Ich zahl dir, was ist das denn? Ja, der hängt eben. Ach, guck mal, die Stümpfe hier. Schöne Stümpfe. Knochenmark raus. Da hab ich, da hab ich mal so eine lustige Dokumentation oder so einen Bericht, ein, ja, wie nennt man das? Die Reportage nachts gesehen auf 1 Festival oder auf ZDF Neo war das, glaub ich. Okay. Oh, zwei Schaden. Das ist gut. Ah, das ist nett. Guck mal hier, ne, ne, schöne Dings. Erzähl ich gleich weiter. Ich will Sie alle. Oh, doch die letzte Kugel, Private. Tut mir leid, General Mahat, Sir. Ohne die Schlüsselkrate. Wie heißen Sie, mein Junge? Ähm, Kaufman, Sir. P-Private Tim Kaufman, Sir. Zittertoffeln, Tipp. Ja, Sir. Schätze, schätze schon, Sir. Gut, denn wenn Sie die verfluchte Schlüsselkarte nicht finden und diese Munition nicht bis Sonnenuntergang in einen Zug geladen haben, werden Sie für den Rest Ihrer erbärmlichen militärischen Laufbahn gottverdammte Kartoffel schälen. Na super. Der arme Junge, brauchen wir wieder eine Schlüsselkarte da drüben? Hast du mal aus unserer Doku gesehen, sagtest du? Genau, da ging es auch irgendwie um Körpermodifikationen und so weiter und so fort. Da hat sich einer die Beine abnehmen lassen, weil er Stümpfe toll findet. Also da hat sich nur bis zum Knie. Und, äh, weiß nicht, der hat auch gesagt, das, äh, haben Sie gefragt, was wäre denn jetzt das Maximum? Wie soll es denn weitergehen? Er dachte, ja, das Schildste für ihn wäre, wenn er die Stümpfe eines anderen streicheln dürfte. Und da ist mir echt eiskalt den Rücken untergelaufen, dachte ich mir auch so, Alter, wie ekelhaft. Wie, wie sind denn manche Menschen drauf, ey? Bäh. Ja, Leute, mit diesen Impressionen würde ich immer sagen, ähm... Ich mache mal kurz Pause, so als geht das Gequatsche weiter. Ja. Und, äh, ja, lass uns doch einen netten Kommentar da, eine nette Bewertung sowieso gerne. Und wir sehen uns wieder, bye. Deadspotze 3. Tschö, lülülü. Tschö, tschö.